ja hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf diesem kanal ich hoffe einfach mal dass es jetzt hier mit der aufnahme klappt denn ich benutze jetzt ein neues aufnahmeprogramm normans bandicam und ja deswegen hoffe ich dass das jetzt hier mit der aufnahme alles wunderbar funktioniert wir gehen in unsere minecraft alle version welt und ja wir sind hier in der welt am start mal kurz in die einstellungen so und wo sind überhaupt nice durch das update auf die minecraft beta version 1.4 unterstrich 05 durch diesen patch wurden uns die items entfernt oder was aber es ergibt gar keinen sinn scheiße wir haben keine items mehr fuck da müssen wir einen baum füllen geil fängt ja schon gut an so ich hoffe dass das aufnahmeprogramm auch spiel sound aufnimmt aber sollte es also zumindest schlägt es aus beim spiel sound ob der auch wirklich aufgenommen wird ist eine andere sache aber gut das werden wir dann ja sehen eigentlich sollte das video schon am 20 oder 21 kommen aber ja das kann jetzt ein bisschen verspätet hier weil ich jetzt auch erst mal ein pc wieder klären musste war wieder die festplatte voll und da muss ich erst mal ja daten unternehmen sachen die installieren alte spiele die ich nicht mehr zocke und ja hey scheiß dreck ja soldat hatte die einstellung übernommen ich würde noch keine monster haben so ich würde sagen ich lasse mir hier einen baum das ist dann hier unsere baumplantage ja das passt dann so ich sage noch mal ach ne kuh hallo leder wäre cool meine lederrüstung würde ich mich übelst über freuen sau alter südchen hier vielleicht ja fehler ein wunderbar immerhin das hühnchen so dann würde ich sagen erst mal eine kiste damit uns die items hier nicht schon wieder irgendwann mal weggehen und jetzt erst mal sofort eine kiste so würde ich sagen wenn wir den boden raus machen wir einen richtigen boden so 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 stand ich aber nicht genügend holz ja wir haben nicht genügend holz nice richtig geil mhm müssen wir wieder einen baum fällen schöne welt haben wir aber hier bekommen die neue gefällt mir so so bauen wir mal hier bisschen hier 20 blanken so und dann ja auch schon fertig und dann tun wir uns mal hier die wichtigsten items mal in die kiste bauen wir uns mal erstmal wieder equipment hier was brauchen wir wir brauchen ein eine eine ne erst mal eine spitzhacke eine spitzhacke dann eine axt dann eine schaufel dann eine ho machen wir uns noch eine ho und wir machen uns dann noch ein schwert tolle program hier die ho brauchen wir eigentlich noch nicht deswegen legen wir die weg legen wir das hier auch weg dann würde ich sagen unser dach ist noch nicht mal fertig ne da müssen wir auch noch dran arbeiten hier ist eine geile hüte da muss hier noch der schatten hier war noch ein schatten und so dunkel aber wir fällen noch ein baum bevor es richtig dunkel wird wir haben jetzt gott sei dank direkt auf dem bett schon am start in der neuen welt war auch glaube ich gar nicht mal so schlecht dass wir eine neue welt anfangen mussten hier muss jetzt erstmal schlafen und dann bauen wir unser haus weiter so das gibt jetzt einmal 24 holzplanken so alles klar sport einfach mal so eine schafherde jawoll also wollen wir haben wir auch am start würde ich mal sagen wir haben wir haben schon schrift ja gut würde ich sagen schaffe und aus fertig also noch nicht fertig das wird natürlich noch viel 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 größer aber ja es ist unsymmetrisch jeder weiß ich erstmal was ich welche richtung ich vergrößern werde erstmal es geht ja nicht dass es unsymmetrisch ist er hat immer dann muss ich hier direkt erweitern das gefällt mir nicht wenn das unsymmetrisch ist hoffentlich guckt gronk nicht meine videos da ich sonst ein hater kommentar weil wenn der was sieht wo was unsymmetrisch ist da rastet der aus dann meldet er mich und dann bin ich weg von youtube gut genug spaß für heute wir müssen jetzt hier ernst machen haus ist nämlich wirklich unsymmetrisch und das geht nicht kann es sein dass hier in der beta version die setzlinge ganz schön großzügig gedroppt werden das geht ja hier richtig schnell hier schon hat man wieder 16 holz hier ach ja wunderbar das sollte reichen ne also dann kann man hier in der beta noch herumjumpen back to game ja gut Leute hier bin ich wieder da hat kurz die aufnahme gestoppt weil ich nur bisher eine kostenlose version und damit kann man nur 10 minuten aufnehmen und ja das heißt ich muss mir die muss halt gucken dass ich mir die hole oder so aber wenn die cams eigentlich ganz okay finde ich und daher wahrscheinlich ob das kostet 59 dollar oder so muss ich halt gucken dass ich da irgendwas in die richtung hin bekomme aber egal die aufnahme wurde ja gespeichert die muss ich nur in zwei teile zusammenschneiden jetzt nice da freue ich mich natürlich schneiden ist natürlich immer toll so können wir eigentlich holzkohle machen fällen einfach hier das ganze waldgebiet weg wir sind so harte gangster wir können es einfach wir hauen einfach alles weg auch ein baum der hier nicht so riesig ist ja hier kein bock dass diese doppelt äste drin ist so äste drin sind wo man dann so herum kraxeln muss bis man mal ganze holz da rausgeholt hat da habe ich nämlich gar kein bock drauf was hasse ich nämlich das kann ich ja gar nicht leiden kann man kann man hier irgendwie ach wir haben ja auch nicht mal einen Ofen weil wir gar keinen Stein mehr haben aber eigentlich habe ich eigentlich ein Crack rein gemacht dass Ben die Cam durchlaufen müsste da hat das wohl mit dem Crack von der Vollversion nicht ganz so geklappt weil ja ich kaufe mir ja nicht die ganzen teuren Aufnahmeprogramme wie sehe ich denn aus soll ich aus wie ein gottsverdoppter Millionär also echt richtig teuer was wir machen wenn man mal so überlegt wie teuer so ganze schnittprogramme für youtube sind und so und soll man die kaufen da crack ich lieber könnte mich frisch für haten ist mir scheißegal mal so kann man holzkohle machen nice nice wir können oh sorry digger willst mich ficken ich will holzkohle ich will jetzt auch eine Fackel hier haben in der hood so ich will jetzt auch eine Fackel hier haben in der hood würde ich sagen setzlinge den sand stickies können wir gebrauchen holz können wir hier reinlegen so wo sind eigentlich die schafe hin sind die schon wieder despawned schafe ich glaube wir sind schon wieder die gespawned schade schafe sind weg doch davon ist noch eins jawohl wofür soll ich eigentlich umbringen ich habe ein bett wir können ja irgendwann mal eine farm bauen aber gut das machen wir ein andermal das war es jetzt erstmal mit der ähm folge wie gesagt wenn das ganze gefallen hat würde ich mich wahnsinnig über ein like freuen und wenn ihr weiterhin auf diesen channel hier nichts verpassen wollt könnte ich natürlich auch abonnieren ich will mit raus ciao leute 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 Vielen Dank.